Musik 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 Vielen Dank für die Aufmerksamkeit und die Aufmerksamkeit. Vielen Dank. Aber es ist hier, dass der Chinese-Kommandagier eine Art des Enemens ist, was er ist. Das ist hier, was er bedeutet. Aber die meisten der Chinese-Kommandagier, die meisten von ihm kennen, ist Urkash. Aber eigentlich ist es, dass er sein Name ist Urkashdölä. Die Chinese-Kommandagier sind hier. Die Westen-Kommandagier sind hier. Und definitiv die China-Democracy-Exilist-Circle sind hier. Later on we will hear from Chengxie. We will hear from Tianqi. I'm glad that there are two Chinese-Kommands going to be here. And then I hope there are more. And then I hope that our calling for against the most absurd situation. From China and from the movement in Tiananmen in 1998 just did so. And about five minutes ago I was... ... 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017